Musik Mein Name ist Klaus Geithner, ich bin in München-Sendling an der Himmelfahrtskirche als Kirchenmusikdirektor tätig. Corona-bedingt kann der 7. Münchner Orgelsommer, das Kooperationsprojekt der Münchner Innenstadtkirchen, nicht wie geplant stattfinden. Daher haben wir die Konzerte kurzerhand ins Internet verlagert. Auf der Webseite münchenerorgelsommer.de und auf dem YouTube-Kanal Münchner Orgelsommer werden bis 13. September 6 Online-Konzerte ausgestrahlt. Los geht's am 5. Juli. Sie dürfen auf bunte Programme und kleine Überraschungen von Gästen aus nah und fern gespannt sein. Abonnieren Sie am besten gleich heute unseren YouTube-Kanal, damit Sie nichts verpassen. Ich freue mich, wenn Sie dem Orgelsommer auch online die Treue halten. Musik 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 Vielen Dank.